Hallo und Willkommen zurück bei Fallout. Nein! Nein! So, nochmal. Hallo und Willkommen zurück. Komm, Käthe. Ach, die haben wir jetzt hier die Schlüssel haben. Wenn wir hoffentlich jetzt in Kellogg's Haus kommen. Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Hi. Was ist los? Was meinst du? Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kornkorken. Sonst nichts weiter. Sicher. Okay. So, tick, tick, tick. Lest die Public, dann wisst ihr Bescheid. Was ist das denn? Was ist das denn? Naja, verstehe ich nicht. So, weiter geht's. Hab gehört, dass du Valentin gerettet hast. Gute Arbeit. Danke. Hab gehört, dass du Valentin gerettet hast. Der ist nicht guter Arbeit. Die meisten sind sie haben mir eine scheiß Angst ein. Aber Niki, der ist nicht wie diese Psychopathen vom Nichts zu tun. Die Quaschen sei alles gleich hier. Waschkörper. Hast du den Schlüssel? Okay, dann mal los. Gehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Du magst altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Die Zeit ist doch schon nichts vorbei. Die laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Oh, die Händeschäle hier für Sex. Habt ihr den Schreibtisch angesehen? Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligen. Nach nem Schalter oder Knopf. Schalter, Knopf. Ja, beten wir es nicht. Ne, das will ich nicht. Ach, das habe ich von der Quest gekriegt. Ach, scheißegal. Das ist nicht so wichtig. Scheiß Besen. Was soll denn hier sein? Ich sehe nichts. Das sieht so komisch aus hier. Das ist hier, wo ein Schalter gesteckt. Nichts passiert. Ach so, das ist ganz gut. Ja, ja. Ey, was soll denn hier sein? Leckt mich fett. Ich sehe kein Schalter. Warte mal. Warte mal. Wie soll ich mir den... Ach, hier unten. Ich habe auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Da kann man ja lange suchen. Oh, du, Fula. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Besser ich dir. Ich helfe dir gleich mal zu. Jaja, ich gebe gleich mal. Okay, du was. Nimm mal meinen Schrott. Und das Scharfschützegewehr. Was gibt's denn? Nee, ist hier auch nicht jetzt, oder was? Aha. Hier ist auch nichts. Äh, was soll das sein hier? Wenn es startet, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Und das war's jetzt, ja? Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst. Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Ich weiß nicht. Ich könnte bei der Sache deine Hilfe brauchen. Aber vielleicht sollte ich das allein erledigen. Wenn du mich brauchst, sag mir einfach Bescheid. Und wenn nicht, hoffe ich, dass du deinen Sohn dabei hast, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke, Nick. So. Ich hoffe, Katie kann da mitkommen. Ich will Katie mich nicht austauschen. Aber dann kann ich doch nicht mal diesen Panzer-Outfit gehen, dieses Hunde-Outfit. Aber das ist ja schon. Dogmeet, schnüffel mal da dran. Hol dir Kellogg, Junge. Bring mich zu diesem Dreckskerl. Juhu. Er ist hinweiter beschlossen. Das finde ich doch superklasse. Zum Wunst, den Typen. Wer braucht einen Aschnitt? Jeder. Komm, trete näher. Ist Katie dabei jetzt? Ja. Katie ist auch noch da. Das bin ich superklasse. Dr. Brainwash in the Army of Thais. Junge, Junge, Junge. Ich bin gespannt, wo ich uns hinfühlt. Katie ist da schön. Gucken wir uns doch mal schon das Commonwealth an. Ne? Wir sind Kellogg wohl dicht auf den Fersen, was? Ah, schau mal hier. San Francisco Sunlights. Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ich brauch deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Sehr schön. Wer ist denn alt? Das war aus wie ich. Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatsch. Lass mich zurück, was hilfreich sein könnte. Das war recht. So, wo ist jetzt der Sock mit dem? Ah, hier unten. Das Ding so aus wie ich. Ah, das war so ein Zint, oder? Art. Na los, Hund. Ah, ich hatte sie. Ah, ich hatte sie. Wie soll ich? Viel, was ist los mit dir? So, wo ist jetzt hier der Geleuchtel? Ich will das Nuklein aber die Hand haben. Das will ich haben. Hund, wo bist du? Ei, um. Ah, ich will hier reingucken. Oh, nichts. So, jetzt hin. Okay. Ah. Käthe. Hey. Komm doch mal. Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Ja. Käthe kann ich mehr tragen. Ach du. Hier, dann sollten wir uns langsam bald mal, äh, zurück machen. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Da wird aber rein, der Hund. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeet. Oh, hier. Schön. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ja. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Such mal, Junge. Oh. Fick mit dir. Oh, hier sind ein super Köter. War, Junge. Starker Realist, irgendwie nimm ich mit. Jetzt war ich hier zu viel. Oh, jetzt muss ich immer gucken. Jetzt muss ich irgendein Mist loswerden. Ich muss immer alle anmachen, Junge. Was kann ich denn davon losschmeißen? Gewicht, hier wiegt ja nichts. Ah. Schrott. Geht mal weg. Munition wiegt ja auch nichts. Hab ich noch irgendwelche Waffen, die ich loswerden kann? Auch hier, guck mal, Kampfgewehr. Geht mal weg. Wie geht's noch hin? Ich muss ja kurz auf die Karte gucken, wo wir im Viertel laufen. Na ja, Spinnung. Das ist ne tote Kuh oder so. Das war knapp, Junge. Junge, 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 Junge. Ich hab erstmal so ne scheiß Bären gesehen. Wahrscheinlich noch öfter welche, so mit dem Schild da jetzt. Aber ich würde sagen, das wird auch mal eine längere Folge, wenn wir schon mal hier so ne heiße Spur haben. Hier war ich doch auch schon mal, oder? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Da gucke ich doch mal kurz rein. Ach klar, hier haben wir auch schon mal. Ich will die Mariette nicht nehmen. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Na sicher. Die Waffen nehm ich nicht, aber das nehm ich alles. Einkaufskorb, Lili. Ist doch nicht schon so weit vor gelaufen, oder was? Ja, ist er. Boah! Das war ja knappig. Ich lege diesen Kellogg eigenhändig dafür um, dass er uns hier wie die Blöden rumlaufen lässt, um ihn zu finden. Finde ich gut. Boah! Was ist denn hier los? Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Hier ist ja auch nichts mehr, ne? Oh! 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 Das wird immer richtig lange Folge! Hau! Oh! 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 Boah, wie viele auch. Ja, ne, es war wirklich Spaß. Da kommt noch einer. Einer kommt ja noch. Der hat ja mächtig was ausgehalten. Und die manchen sind hier bis jetzt der Platsch. Hehehe. Selbstbunker. So, Dogmeet, wo bist du jetzt? Ach, da kommt man, weil ich nicht mehr vorgelaufen ist. Oh, da wird nämlich nicht lange Folge. Aber hier sind zu viele Sachen, die ich kontrollieren möchte. Und ich habe zu viel Müll dabei. Bitte was? Da gehe ich jetzt noch nie runter. So, wir haben noch wieder einen Hinweis, wa? Ich werde diesen verdammten Hund noch in meinen Träumen bellen hören. Ach, komm. Alle, Alarm, kritische... Was haben wir denn hier? System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Kannst du laut sagen. Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Mhm. Ach, hier. Noch ein Zigarrenstummel. Und weiter, Junge. Der ist aber auch ein mieser Söldner. Macht ja diesen Typen dann nieder. Ach, du. Weg mit dir. Oh, aber Teiler muss der Glück ist bald, cool. Könnte ich dem ich doch gleich Pakete geben. Oder Moment. Könnte ich bestimmt selber ausrüsten, oder? Kleidung. Oh, ich habe hier nur eine große Lust auf eine Lederrüstung. Also weg damit. Weg damit. Boah, Jungs. Das wird eine richtig, richtig lange Folge. Was ist los, Junge? Wo ist denn der Typ langgelaufen? Mann, 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 Mann. Was ist denn wie überhaupt? Junge, Junge, Junge. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Scheint schon. Sowieso aussieht Blut, wie der uns verletzt. Ja, so eine komische Blähflieger. Wird weg. So, Leute, nebengeschossen. Oh, ich heiße diese Blähfliegen. Das war der Hitlist, oder? Das ist doch mit. Hier war doch was versteckt. Das hört sich irgendwie überhaupt nicht gut an. Na gut, das werde ich noch später kontrollieren. Soll ich schon wieder hin? Da hinten. Ich hoffe, wir haben hier bald mal was. Das war da oben. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht auf mich. Hier war ich doch schon mal, oder? Ich bin der Meinung, hier war ich schon mal. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Sehr schön. So, an der Stelle mache ich es noch. Wir sind zur nächsten Folge. Ziemlich lange Folge. Tschüss. So, tschaui, Leute. Tschüss, tschaui, Leute.